hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von show and tale ich sag euch die karten die ich habe und die karten die mir noch fehlen und ihr schreibt in den kommentaren welche karten ihr eventuell für mich habt viel spaß dabei es geht los mit der nummer 5 die mir fehlt banishing light 6 7 8 fehlt mir auch das ist dictate of heliot dann fehlt mir die nummer 18 nix fleece ram dann fehlt mir die nummer 22 crowey colossus mir fehlt die 26 das ist sky spear cavalry so dann fehlt mir die nummer 29 das ist tatmus high priced dann fehlt mir die nummer 31 das ist battlefield taumatur battlefield taumatur human resort 221 die nächsten karten habe ich hier fällt wieder viel das ist die nummer 47 pull from the deep 48 fehlt mir riptide chimera mir fehlt die nummer 50 sage of ours die nummer 51 fehlt mir scourge of fleets als nächste karte fehlt mir wieder die 58 das ist white water naja die nummer 65 fehlt mir dictate of aerobos danach direkt der doom wake giant dann fehlt mir noch die ist das die 74 sieht wie die 74 aus ähm king makar the god cursed a legendary creature human 2 3 für zwei farblose doppel schwarz eine rare ähm die nummer 80 fehlt mir ritual of the returned dann fehlt mir die nummer 82 silent the believers die nummer 86 fehlt mir tormented thoughts die 87 fehlt worst fears und die 88 das ist akron line breaker dann fehlt die 89 bearer of the heavens bearer of the heavens fehlt und dann sind wir schon bei rot bei der nummer 96 flurry of the horns fehlt mir die 106 fehlt mir das ist prophetic flame speaker die 117 fehlt mir basara tower archer die 118 fehlt mir das ist colossal heroics dann habe ich wieder wünschen fehlt da die nächste die fehlt ist die 140 äh citizen tactics die 142 fehlt mir spires by spires by spires by spires by die 118 fehlt mir spires by 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 Farika, God of the Affliction, fehlt mir. Stormchaser Chimera fehlt mir. Und hier das letzte Land, Temple of Melody. Dann fehlt mir der Token 2. Da habe ich 4, 5 habe ich, fehlt und 6 fehlt. Und das sind alles Codes, die wahrscheinlich gar nicht mehr gültig sind. Gut. Dann habe ich hier noch so ein paar selbst zusammengebaute Karten, die man zu Events bekommen konnte. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.